Hey meine Freunde herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ravenfield! Ja, das Spiel hat euch relativ gut gefallen, dachte ich mir einfach mal eine zweite Folge. Viel Spaß mit dem Video und falls ihr natürlich neu seid, könnt ihr gerne abonnieren, um uns unterstützen. Und ja, bis dann! Die decken das und das. So. Das sollte funktionieren. Hoffe ich. Alter, hier ist ein Panzer! Jo! Leute, ich hab jemanden überfahren. Können die einsteigen? Jo, der Typ ist eingesteigen! Eingesteigen. Der Typ ist eingestiegen! Let's go, Manners! Bummt sie alle weg! Macht keine Gefangenen mehr! Alter, mega! Da kommt ein Heli. Oh, den treffen wir aber nicht. Oh, da bin ich mir aber ganz sicher. Oh mein Gott! Da bin ich aber ganz schlecht dran. Oh, das wird nix. Alter, die schießen. Da hab ich den fast getroffen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jo! Alles klar! Stürzen einfach alle ab! Easy! Vollweg gut! Leute, die sind alle rausgesprungen da hinten. So, wir müssen jetzt aber am Ziel sein, an der Flagge zumindest schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Den nehmen wir auch direkt mal ein. Ne. Aber hier unten stehe ich ziemlich gefährlich ehrlich gesagt. Da, die müssten von da gleich kommen. Jung, halt dich bereit. Da kommen sie angetüdelt. Hau sie weg! Gib alles was du hast! Und noch viel mehr! Jung! Schieß! 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 Perfekt! Perfekt! Keine Gefangenen hier machen! Alter! Jo! Was geht denn jetzt hier ab? Oh, ganz knapp! Der Typ ist gut! Unser Schütze ist richtig gut! Na, kommt er wieder? Nein! Wir haben nicht getroffen! Oh, da kommt der nächste Blackhawk! Nein! Ticken da rüber! Nein! Ich stehe wieder daneben! Scheiße, so kann ich nicht schießen! Ich springe jetzt von da oben alle raus! Oh nein, daneben! Als ob die jetzt... Sind die alle tot? Ist ein Gegner da drin? Ne, da ist ein Kollege, Kollege! Ok, gut, gut, gut! Komm, wir kriegen das hin! Das kriegen wir schon hin! Da hinten schießt ein Panzer scharf! Alter! Jo! Alter, Rakete! Oh mein Gott! Wir wurden hart getroffen! Abbruch, Abbruch! Ausweichen! Taktischer Rückzug! Vielleicht sollte ich was von meinem Plan ändern! So! So! Das sollte funktionieren! Und dann nehmen wir das hier einfach schon mal kurz ein! So, um das zu decken quasi! Alter, wo ist denn hier die Flagge? Da ist die Flagge! Oh, das wird da hängen! Das wird da hängen! Das wird da hängen! Aber das kriegen wir hin! So, Panzer kann sich auch auf der Stelle drehen, ne? Ja, perfekt! So! Perfekt! Direkte Airbase gecheckt! Das ist super! Das ist gut! So, jetzt gehen wir straight geradeaus! Oh, scheiße! Oh, ne, macht eigentlich keinen Sinn! Wir müssten eigentlich dazu... Kacke Leute! Deck das hier! Nein! Nein, nicht Respawn! Darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Ich hab Respawn gedrückt! Nein! Ist das dumm von mir! Okay, da sind schon welche drin! Granate! Rückzug! Da kommen sie! Deckung geben! Ja! Ich halte einfach auf den Heli drauf! Finde ich richtig gut! So! Der Heli fackelt ab! Aber da passiert nicht viel! Gott! Ich ahne, schlimm ist! Ich ahne, richtig viel! Scheiß, Mann! Ich treff den nicht! Ich treff den einfach nicht! Okay, mal kurz checken! Okay, das ist jetzt ganz schwach gerade! So! Komm schon! Komm schon! Das kriegen wir da hin! Da kommt ein Panzer gleich um die Ecke, hab ich das Gefühl! Irgendwo du dich stichst, das ist gar keine gute Idee! What the fuck? Was macht ihr da? Da ist der Panzer! Shit happens! Oh mein Gott! Jungs! Da ist ein Panzer hinter euch! Alter, seid ihr volle Idioten! Alter, Leute! Kann nicht wahr sein! Kann nicht sein! Warum fährt unser Panzer da hinten weg? Geht doch nicht! So, hier fliegt die glaube ich gar nicht, ne? Ja was Jungs! Stürmt die Bude! Lenkt sie ab! Ja! Ich krieg das hin! Ja! Lauf! 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 Dahinter! Dahinter! Ja! Oh Gott! Lauf! 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 Der will doch! Scheiße! Oh, Lenz hat uns gekillt! Scheiße! Oh Mann ey! Warum haben wir jetzt die da hinten eingenommen? Wtf! Ich hab niemandem gesagt, dass sie ihn nennen soll! Wtf! Ich verstehe das mal einer! Okay, wir gucken uns das mal an, was da hinten los ist! Oh, es sind doch nur noch 12 Leute! Vielleicht können wir da irgendwie mit nem Jet oder sowas da langen! Genau! Das klingt gut! Komm Jungs steck ein! Du bist mein Mate! Da wir kurzen ab! Ne, können wir nicht, ne? Scheiße! Nehmt doch wenigstens den Scheiß da hinten ein! Unfassbar! So! So! Jetzt allesamt! Da drauf! Danke! Meine Fresse! Kann nicht so schwer sein! Oh! Oh Gott! Da ist die Kurve! Beziehungsweise so ne Mauer! Ja, alles easy! Gleich! Haben wir gewonnen! Boom! Ich find das Spiel schon mega! Haha! Da stört sogar schon der Jet ab! Nice! Das Spiel macht echt Laune! Haben wir besiegt? Jawohl! Die haben wir fett eingenommen! Perfekt! Jetzt müssen wir die eigentlich nur zurückschlagen! Aber ich glaube im nächsten Schritt greifen die uns an! Das ist jetzt natürlich echt tricky! Hey! Kann ich nicht hier runter? Scheiße! Ich muss gegen die kämpfen! Nach der Capture Anni-Batellions auf diesem Teil können wir wieder einmal per Turn gehen! Okay, dann werden die wahrscheinlich weg geaimt! Aber dann würde ich das theoretisch halten! Ich habe keine andere Chance! Auto-Resolve! Komm schon! Komm schon! Nein! Ihr Vollidioten! Oh mein Gott! Okay! Oh Gott! Jetzt sind es drei! Ah! Ich werde das verlieren! Komm schon! Wie dumm sind denn meine! Ich mache nie wieder was mit denen! Wirklich! 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 Ganz armselig! Was hier gerade passiert! So! Das nehmen wir direkt mal ein! Hier schicken wir zwei! Die schicken wir direkt dahin! Können wir nicht! Scheiße! Okay! Wir sind mal kurz zurück hier an den Forschungstisch! Unfassbar! Unfassbar! Wirklich! Das sind doch alles Amateure! So! Und hier Transporter! Flugzeuge! Können wir nicht! Kacke! Anti-Tank! Da! Perfekt! Close! Wird schon ganz gut dabei! Am zweiten Tag auch noch! So End-Turn! Dann! Okay! Da spawnen die welche! Und da! Ja! Gut! Das werde ich verlieren! Also! Bring doch wegen einer nichts! Ja! Das haben sie! Scheiße! Das tut eng! Den können wir auf jeden Fall weg machen! Na komm! Das machen wir so! So! Das kriegen wir noch so hin! So! Mit dem Patriot! So! Der Masterplan ist! Direkt rushen! Direkt weg machen! Okay Jungs! Let's go! Hier noch ein Geschütz! Jetzt fahren wir noch so langsam! Leute! Ich kann auch nicht wechseln! Ich muss da jetzt drin bleiben! Es ist unfassbar! Ja! Schmeiß doch keine Granaten! Ihr Vollidioten! Wer hat jetzt hier eine Granate geschmissen? Wer von euch? Die richtige Mongos! Alter! Ich bin schon wieder! Ja! Haha! Ja! Fahr doch! Kollege! Gib doch Kette! Alter! Wirklich! Das sind absolute Mongos! Okay! Ich muss hier raus! Okay! Ich muss hier raus! Oh Gott! Alles was ich hab! So! Weg damit! Wir müssen das hier halten! Für jeden! Um jeden Preis! Was ist das? Was kann man denn hier oben machen? Aufs Dach klettern! Junge! Kann von oben kommen! Was ist das? Höchst! Das sieht richtig gut aus! Höchst! Okay! Mal kurz stecken! Leute! Die kommen doch sehr von hinten! Leute! Andere Richtung! Leute! Da kommen sie! Da kommen sie! Da kommen sie! Hier voll Mongos! Wo sind jetzt meine Männer? Da kommen sie zurück rannt! Absolute Profis! Nicht! Oh mein Gott! Alter! Noch einer! Oder ne! Noch drei! Jawohl! Da haben wir sie! Boom! Easy! Ja! War doch gar nicht so schlecht das Spiel! Schreibt's gerne in die Kommentare was ihr vom Spiel erhaltet! Ich würde mich freuen! Und ja! Wir sehen uns hoffentlich bald in einer anderen Folge wieder! Bis dahin! Ciao! Ciao!